Leute, auch auf YouTube, falls dieses Video dann hochgeladen wird, herzlich willkommen. Wir spielen jetzt mit Curry eine Runde Away Out. Das bedeutet, das ist ein Korb-Spiel, bei dem du gemeinsam mit deinem Freund im Splitscreen spielen kannst. Wenn du aber zu Hause sitzt und dein Freund ist bei sich zu Hause, könnt ihr trotzdem mit dem Splitscreen spielen. Das Ganze funktioniert über Origin. Also es funktioniert so, einer kauft sich das Spiel von euch beiden, lädt dann seinen Kollegen ein über Origin und der kann dann gratis mitzocken. Allerdings kannst du dann nur mit diesem zocken. Wenn ihr euch natürlich bei dir das Spiel kauft, ist das was ganz anderes. Bei dem Spiel ist es so, wir spielen jeder einen Charakter. Ihr seht zum Beispiel Curry seine Sichtweise oder ihr seht meine Sichtweise, auch parallel zueinander teilweise. Manchmal ist der Bildschirm von demjenigen größer, der jetzt gerade mehr in dem Fokus steht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so richtig auf das Spiel gefreut, als es angekündigt wurde. Interessant noch für alle Leute, die eine Playstation 4 haben. Ihr könnt euch das Spiel, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, kostenlos bei Playstation 4. Hier, wie heißt dieser Online-Pass vom Playstation 4? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall bei der PS4 Online, wenn ihr diesen Pass abgeschlossen habt, könnt ihr euch das herunterladen, kostenlos. Bei der Xbox weiß ich nicht, wie es ist. Aber Way Out ist so ein Spiel, wo ich sagen muss, die Story ist halt ziemlich geil gemacht, weil es basiert komplett alles auf diese beiden Figuren. Und ich freue mich drauf. Okay, so, ich würde dann einfach mal sagen, Curry, ich starte mal und let's go. Ja, warte, also das Problem ist, bei dir sind die, bei mir sind die Leute irgendwie... PlayStation Plus habe ich gesucht, ja, genau, dankeschön. Game, ich spiegel vergessen, that's right. Ist aber auch mit Absicht so. Na, warum ist halt eigentlich so? Ich weiß halt gar nicht. Ist ausgerechnet? Ja, das Ding ist, weil du bist ein bisschen leise. Warte kurz. Ich kann mich ein bisschen lauter machen, wenn du willst. Wobei, geht nicht mehr. Ich mach dich einfach mal lauter. Ja. Ist, 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 passt schon. Ich mach dich einfach lauter. So, kannst du noch mal was sagen? Hallo, mein Name ist Dennis und ich esse gerne Schokobongs. Star Fanny, danke. Das passt so, das passt so. Ich mach mal ganz kurz die Donations während dieses Streams aus, weil das passt halt gar nicht, sorry. Ja, stimmt, gute Idee, mach ich auch mal kurz. Willst du dich alles hinterher vor? Äh, warte kurz. Ich mach eben den Sound aus, dann können wir loslegen. Dann hab ich's. Tummeleide. Ich, äh, äh, tummeleide. Keine Stellschung, am Mann. Viel besser. Okay, haben wir, haben wir gefixt, Alter. Haben wir gefixt. Ja, wenn du loslegst, weil dann höre ich auf, Stukobongs zu essen. Ja, ja, ich würde jetzt anfangen. Warte. Ah, wie denn ich schmatze. Moment. Ja, das Ding ist, bevor man so in den Knast geht, da muss man nochmal alles ausnutzen, weißt du, deswegen, äh. So, können wir oder was? Bist du ready für, für Knastbrudis oder was? Ein bisschen Seife aufheben gehen, Alter. Du meinst, ich trink noch was? Ach du Scheiße. Oh, oh. Leute, Alter, geht los jetzt. Okay. Drei, zwei, eins. A way out. Das sind wir, Alter. Hey, Vincent. Was ist dein Plan nach dem, was du? Ich weiß nicht. Ich habe wirklich nicht gedacht. Du hast nicht gedacht? Das muss ja erstes für dich, Herr Überthinker. Hier ist eine Unterschiede zwischen Überthinken und einem smarten, Leo. Du sprachst, dass ich nicht smart bin? Deine Worte, nicht meine. Hey, ich könnte nicht smarten in deinem Buch, aber ich habe das gemacht. Ich kann nicht mit dem argumentieren. Oh. Okay. Ich nehme den mit der Nase, wenn du möchtest. Weil damit kann ich nämlich Schlüssel... Den mit der Nase? Ja, da kann ich nämlich Tore mit aufknacken. Meinst du den hier oder was? Meinst du Leo? Leo Caruso. Heißt da bin ich Vincent Moretti, Alter. Also meine Straftaten sind bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl, Alter 36, Schlafmaß, 8 Jahre Haft, davon 6 Monate verbüßt. Persönlichkeit, selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Er passt ja sogar zu mir. Und der Leo, der wuchs in einem Waisenhaus auf und hat da schon natürlich relativ früh die kriminelle Laufbahn eingeschlagen. Und er wollte damals einen sehr, sehr wertvollen Diamanten stillen. Hat natürlich nicht geklappt. Ja, das kennt man, ne? Und ich bin älter als du, Alter. Ich bin älter. Ich habe Betrug, Unterschlagung, Mord, 14 Jahre Haft. 14 Jahre, Alter. Ernsthaft? Oh, Mann. Was hast du denn gemacht? Wegen Mord. Wegen Mord. Ich habe halt jemanden ermordet, Alter. Ich bin richtig gefährlich, Mann. Eieieieiei. Rational, diszipliniert und zurückhaltend. Nach Abschluss seines Finanzstudiums, alles klar, und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Oder auch anders gesagt, Willkommen im Leben von Brian Green. Alles klar, Alter. Bereit. Okay. Ich bin bereit, Alter. Let's go, Mann. Geh los, Mann. Seife. Drop the soap. Okay. Gott, Alter. Ich möchte niemals im echten Leben in den Knast. Ich bin so gespannt, Mann. Nee, aber ich bin so gespannt, wie das jetzt, wie die das gemacht haben, ne? Ich habe Bock, Alter. Ich habe, ich habe Bock, Leute. Hey, Slate Studios Presents. Ah, schön. Prison Area. Wie man sieht, fährt man direkt zu Beginn ein. Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich das so mega an Mafia 2 gerade. Der Gustav, ey. Da sitzt er. Bin ich da? Und denkt über sein Leben nach. Ja. Mich erkennst du an der Nase. Shit, Alter. Ich bin im Knast, Mann. Okay. Zuhause. Ohne Witz, das erinnert mich so mega an Prison Break und Mafia gerade, ne? Vito Skeletta kommt gleich. Guck mal, wie sie alle stehen, weißte. Wieder gucken. Gaffen, Alter. Oh, was ist das denn? Oh, lol. Ja, was geht? Ich bin schon drin, Leute. Du bist schon drin, Alter. Wie geil ist das? Ja, und das ist jetzt so die typische Ansicht in diesem Game. Wir haben halt so diesen Splitscreen quasi. Und damit halt jeder sehen kann und damit wir beide uns gut verständigen können, damit halt auch keine Missverständnisse irgendwie auftreten. Und du bist schon am Start, Alter. Ja, ich bin schon länger drin als du. Ja, ich mache es schon, Mann. Alter. Komm raus aus dem Bus, du Lauch. Immer mit der Ruhe, Mann. Guck mal gleich, wenn du gerade ausläufst, nach oben am Zaun. Kurz vor der Tür. Ja, da müsstest du ja stehen. Da siehst du, ich seh schon die Arme, Alter. Ja, das bin ich. Guck, guck, pass auf. Alter, wie nice. Da. Da oben. Guck mal. Okay. Alter, wie geil ist das, Mann. Oh, jetzt wird jetzt geduscht, oder was? Alter, was ist denn los, Mann? Okay, okay. Du musst mal freundlich sein hier, weißt du? Anscheinend muss ich mir die Frischlinge noch angucken. Großen. Get in there. Was, ich bin dran? Oh, nee. Ich glaube, ich muss mich gleich nackig machen. Oh, ich. Oh, du scheiße, Mann, ey. Wir sind also gerade neu angekommen. Du wirst dich jetzt hundertprozentig umziehen müssen. Alter, ich will mich nicht bücken, Mann. Ist das nicht mal wie ein Schlauch, ey? Was möchtest du mit dem Schlauch? Ernsthaft? Hahaha. Oh Gott. Ey, warum klatscht der? Ich glaube, der steht auf mich, Mann. Alter, ich schaue dir gleich die Fresse ein. Lass mich da vorbei, du Lachs. Oh yeah, Alter. Check that body. So komme ich auf Platz, Alter. Boah, Alter. What the fuck, Mann. Hast du gesehen? Ich hab... Ah, den wollen wir nicht sehen. Pack ihn weg. Sonst gibt's gleich nen Bann. Ist das nicht genug? Halt mal auf jetzt, Alter. Ich bin auch sauber, Mann. Die Kruste ist ab. Boah. Der hat aber einen schönen Busch da. Nee. Alter, habt ihr das jetzt mal? Shit, dude. That fight out there? It was brutal. I can hear bones cracked. Prison life, man. I guess you're right, but... Prison life. People fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Kennt ihr den Film, die verurteilten? Ja, Mann. Wie kann ich da rüber switchen? Äh, mit, äh, wie? Äh, mit A und D, meinst du? Du bist ja nicht im Urlaub. Du bist ja nicht im Urlaub. Das ist eine fucking Prison. Schau, Mann, ich will keine Probleme. Just leave me alone. Relax, ich versuche nur zu dich aufzuholen. Oh, Mann. Ich bin nicht der schwerste Typ. Keine Scheiße. Und 20 Jahre später ist meine Strafe abgesetzt und ich habe immer noch geduscht. Ich glaube, du dürftest das, äh, du müsstest das irgendwie abbrechen können, oder? Nee, ich glaube, es ist gerade deine, deine Aufgabe. Also ich kann nichts machen. Ich kann nur halt mich aufregen. Und meinen Pimpel noch ein paar Mal zeigen. Aber ich glaube, das war nicht so unbedingt. Alter, wie cool ist das denn jetzt schon? Alter, ich feier das gerade schon. Ey, Guard. Boah, Alter. Ich glaube, ich bin fertig. Boah, wie diskriminierend, ne? Ja. Aber gut, Gefängnis ist halt Gefängnis. Ja, da ist man meistens nicht umsonst drin, ne? Oh, das ist der Direktor. Das ist so ein Pisser, Alter, das siehst du doch jetzt schon. Also ich habe jetzt Hübsen-Looten gespielt. Und das ist meine Prisons. Any questions? Ja. Uh, wann sind wir die Besucher in hier? Harvey senses your guards. Fuck you and him. Any other questions? Good. Hey, welcome to your new home. We're done here. You're right, man. Move out. We don't have all day. Alter, wie ist mir da jetzt nackig reinlaufen? Wer ist denn da unten? Hör auf, an meine Arzt zu gucken. Ich sehe das. Ich sehe das alles. Iiiiih, der Letzte. Ohne Witz, ich liebe das Spiel jetzt schon. Das ist so geil gemacht. Alter, guck mal, wie die... Guck mal, du musst da einfach nackt hochlaufen, ne? Was ein geiles Konzept. Ja, wir machen ja schon. Ach, du Scheiße, Mann. Wer kommt denn da? Keep going, Arschbacke, Alter. Alter. Lass mal anziehen hier. Nö, ich bin eigentlich... Ich mag's eigentlich so. Oh, ja? You don't look free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you try it. You want me to show you how... Close up, 49! Nah, not my thing. Good luck with your freedom, man. Took you long enough. Peace, man. Alter. Das mal anziehen. Let's go. Let's go. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up, cell 48. Boah. Was ein geiler Einstand. Alter, dieses Spiel. Ich würde mal sagen, ich bin auf jeden Fall angekommen, ey. Das ist wie die Verurteilten. Ey, wenn ihr den Film nicht geguckt habt, guckt diesen Film. Der ist so gut. Hey, Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. He's over there. That's all I know. Alter. Da ja viele Fragen ganz kurz, ob Curry die gleiche Sicht hat wie ich und ich die gleiche Sicht wie Curry. Der Curry sieht alles, was ich mache und ich sehe, was der Curry macht. Und das ist der Sinn dieses Spiels. Und das finde ich gerade so genial, dass endlich mal jemand darauf gekommen ist, so einen Koop-Modus zu machen. Es ist halt wirklich nur ein reines Koop-Game und du kannst es halt wirklich nur mit jemand anderem zusammenspielen. What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. He put me in the hole for three weeks. I'm gonna kill him. No, man. You can't do that. They'll just throw you back in and it'll be for good this time. I don't care. I'm still gonna kill him. What? Your friend is right. Taking out a guard would put us all in a world of pain. What are you saying? Huh? You siding with the guards? No, I'm siding with common sense, you idiot. You take him out, you're gonna make all our lives miserable. Yeah, I agree. Listen to him. I don't care. He's a dead man. Whatever. Good luck, man. Gone better. Ich kann hier einfach trainieren, man. Ich rede mal grad mit den ganzen Leuten. Me, of course. Isn't he always winning? Hey, hey, you calling me a cheater? What if I did? He's right. You are always winning. Are you cheating? Of course not. It's skills. If I were you, I'd check the dice. I might just do that. What do you want, new fish? What's going on here? It's none of your business. Now get out of here. You okay? No. I'm not okay. I'm so depressed. I can't sleep. You should do something, that will get you in solitary. Really? And why the hell would I do that? It's nice and quiet there. If you can't sleep there, you can't sleep anywhere. What are you nuts? I'll lose my mind in solitary. No pain, no gain, man. What do you want? This is a private conversation. Go away and mind your own business. Did you just tell me what to do? And what are you going to do about it? Stand up and I'll show you. Look, look, we want no trouble, okay? Yeah? Then tell that to your boyfriend. Okay, I will. Geil. Geil einfach. Mega geil, Alter. Mega geil. Und wir kennen uns ja noch nicht mal so. Nee. Was zur Hölle? Was machen die denn? Ich glaube, der hat jetzt... Das sieht irgendwie seltsam aus. Ja. Nee. Ich finde die Synchro auch so nice gemacht. Ja. Also die Atmo... Es ist halt so GTA-Style, ne? Ja. Es ist halt... Es war English, aber mit Untertitel, aber das kommt halt gut rüber. Oh, ich denke mal, ich hätte es... Es war so klar. Es war so klar. There you are. Es ist time to play. Ah! What the fuck do you want? Es ist not about what I want. Es ist about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside. But he still pays me good, hein? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Oh, lieber. Du Drixer, da. Get in there, new fish. Hey, what the hell? What are you doing? Oh, shit. Was für ein Wichser, man. Come on, motherfucker. Mein Fettig, Alter. Bäm, Junge. Du kommst nicht mal, Alter. Mein Fettig, komm ich mal, Alter. Dann habe ich alles in der Dusche gelernt, Alter. Was ist LMT? Linke Maustaste, ne? Linke Maustaste. Bäm, Junge. Oh, shit. Alter. Bats, Bats, Junge. Bats, Kats, Maul, Alter. Bäm, Junge. Können mich alle, Mann. Nicht mit mir. Zack. Ich habe gerade Training gemacht. Ich habe gepumpt. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Zeit um mich schlafen, Digga. Oh, oh. Easy. Ah, so ist auch seine Mut. Oh. Alter. Ihr Mitläufer. Ah, Mann. Geil. Geil, du hast mir den rüber geschickt und ich habe den kaputt geschlagen, Alter. Geil. Oh, oh. Wenn das dir direkt... Oh, oh. Ja, Mann, Alter. Heino und Walter haben geregelt. Alter. 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 Stay the hell away from me. Okay. Junge, ich habe dir gerade geholfen, Walter. Was ist los? Ist das geil, dieses Game. Ohne Witz. Ohne Witz. Es war zu Laune. Schön. Alles moral. Alles moral.